Warte nach unten, warte nach unten, warte nach unten. Warte nach unten, warte nach unten. Warte nach unten. Ah, nicht so weit nach unten. Ich habe gerade gesagt, warte nach unten. Nein. So, ich habe einen Höllen-Ofen. Der komische Morgenstern, das ist voll kacke geworden. Was ist ein Höllen-Ofen? Cool. Lass uns mal hier noch mit Dreck in eine Watt... Was ist der Hölle?! Macht eine Feder hier unten. Ja, die habe ich fallen gelaschen. Clem-Me, komm mal rüber hier noch. Das fand aus Dreck, Mann. Dann geht es ja so. So, wir müssen hier nämlich mal hier so eine Wand bauen, dass die Monster uns nicht direkt angreifen und dann hier vielleicht noch eine Tür hinbauen oder so. Hier und auf der anderen Seite, wenn wir dann halt am Ende noch durchrennen müssen. Ach, jetzt habe ich schon was gespoilert zu dem übelsten Bosskampf, den wir gleich machen werden. Gleich? Was? Habe ich was verpasst? Gebrauchen erst mal den Gang hier. Nö, ich bin so. Weg wird nun gebaut. Kommt ihr? Ja. Haltet die Tücher vom Arsch. Einer muss bauen, das mache ich jetzt mal am besten und ihr macht töten. Okay, wir machen töten. Yay, töten. Ihr macht das töten, ich mache den Weg. Krass. Irgendwie gibt es hier nicht mehr viel zu töten. Ihr seid arbeitslos. Oh, toll. Töten, 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 töten. Ach, meins. Können wir uns schon die Zeit nehmen hier? Wir müssen uns nicht unnötig hetzen. Kommt ihr? Hier ist dunkel. Ja, dann wollen wir mal eben gucken, was hier unten ist. Ich brauche Licht. Light. The light. Ähm. Yeah. Ja. 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 Ich bin out of Dreck. Out of Dreck. Out of Dreck. Warte, du kriegst Arsche. Ich hab noch Blöcke vom Weihnachtsevent. Okay, das habt ihr jetzt nicht gesehen, Leute, liebe Zuschauer. Das ist einfach nur, äh... Von wo kommt das denn her? Diese komischen, äh, wie Zuckerstangen aus dem Blöcke kommen einfach aus dem Weihnachtsevent. Sind unwichtig, bringen nix, sehen nur Kacke aus. Kacke. Aber die Hölle ist sowieso schon, äh, da, nee. Ja, bitte. Na, gucken. Oh, Mann, nur. Jetzt komm ich da nebenher hoch. Du musst töten. Dieser Block. Dieser Block. Geh da weg. Komm da nicht hoch. Wow, 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 wow. Tja, ich glaub, du musst jetzt da unten fahren. Oh, na toll. Tschüss. Oh, wow, was durch das ich durchgerannt bin. So. Oh, oh, da unten kommt. Eine Risika. Ach, das ist unwichtig. Okay, ich will da noch spielen. Größer. Ah, jetzt bin ich out of Weihnachtsblöcke. Ja, du, ich hab dir doch Asche gegeben, Mann. Asche. Ja. Ich fasse dann wie Kohle. Im Sinne der zweideutigen Bedeutung. Passt auf, halt nicht die Note. Ich glaube, da unten sind ein paar Slimes. Und wenn ihr euch alle fragt, wieso wir so einen langen Weg bauen, Leute, dann wartet ab. Ja, das... Cliffhanger. Das muss ich zum Ende von der Folge machen jetzt. Dann werden alle extrem gespannt sein, was am nächsten Tag folgen wird. Ha, 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 ha. Du bist so böse. Boah, dann ist das Schlüssel. Noch denkt ihr, dass wir bald fertig sind mit diesem Weg. Kiste, 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 Kiste. Noch denkt ihr, dass das hier nicht so lange geht. Ne, Mann, wir brauchen Schlüssel dafür. Wir werden wahrscheinlich einige Jahre brauchen. Oh, da ist noch eine Lanze drin. Ganze Wochen lang an Folgen, wo wir hier lange rennen und lange rennen und lange rennen. Brauch, irgendwann noch eine Lanze? Ne, ne? Und lange rennen und lange rennen und einen Weg bauen und lange rennen und ich sehe nix. Oh. Es ist dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. Springe ich nicht da, aber da ist es hell. Und lange rennen und lange rennen und lange rennen. Und dann jetzt leider doch geschafft, verdammt. Tja. Komm schon, baue schneller. Wieso kann der nicht schneller bauen? Weil der cool sein will. Was machst du da, Dani? Bist du der Pionier? Ja, ich will gucken, ob hier noch irgendwo Kisten sind. Ach, das ist so unwichtig. Da gibt es eh nur Müll. Haben wir doch an der letzten Netzplay-Stange schon gesehen. Was? Aber doch nicht diese Shadow-Kisten. Die haben wir noch nicht. Also diese Lanze hat... LOL. Ja, die Lanze, aber nicht diese Kisten. Was ist denn? Braucht noch so'n Voodoo-Fieh, ne? Hier ist Fledermaus. Mach bitte tot. Danke. Mach das weg, mach das weg, mach das. So, mein Gott. Boah, war beinahe gestorben. Out of clay. Jetzt kommst du direkt rein. Ehe habe ich mehr Ganze von mir gekriegt, oder? Yay, Dreck. Dreck, 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 Dreck. Tja, Dämon, da kommst du nicht durch. Oh mein Gott. Aber er kann dadurch schießen, das ist nicht gut. Ah! Das ist ne Fledermaus. Ja, ich mach helfen. Das ist ne Fledermaus. Macht mir Schaden. Ich heim mich mal. Om nom nom! Ich hab grad einen Goldfisch gemompst. Hab ich noch Steine für dich? Ey, ihr sollt da die Viecher töten. Ja. Ich sterbe gleich. Kommt mal mit hier vorne, bitte. Ich möchte nicht tot umkippen, plötzlich. Ey. Plötzlich. Wie beschwört man eigentlich das Ding, über das wir noch nicht reden sollen? Indem man die Voodoo-Puppe, die getroppt wird von einem Voodoo-Vieh, in die Lava schmeißt. Wo gibt's Voodoo-Viecher? Was? Wo gibt's Voodoo-Viecher? Äh, die sind hier ein bisschen selten und so. Büsschen. Na, dann müssen wir hoffen, dass wir entfinden. Ja. Wobei das irgendwie total komisch ist. Mal kommen irgendwie drei Vier auf einmal und mal sie sind nie eins. Das ist nicht... Nein! Tja, Dani. Lass es mich folgendermaßen aussehen. Verkackt, ich öffne dir einen Weg da. Yay! Ich bin wirklich gleich tot. Ah! Falsch Waffe. Gib mein Hammer wieder her! Äh, nein. Nein, nein. Nein, nein. Was hier abgeht Weg bauen geht ab Yo Junge, das geht voll ab Krasse Sache, Mann Weg, 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 Weg Noch ein bisschen Weg und da noch ein wenig Weg Und vielleicht noch ein wenig Hey, hab ich schon einen Weg erneut? Nee, irgendwie nicht Clemy, töte bitte die Wand vor uns Okay Die Wand? Ja, die Wand Danke Clemy Aber noch nicht die Wand, von der wir nicht reden sollen, oder? Aha, du verdammter Du hast alles versaut Nein, ich hab dir nicht gesagt, das ist die Wall of Black Lo Alles hast du kaputt gemacht Aha, out of Dreck Warte Ich kann dir steigen Steine Steine Oh, ich hab auch noch Asche Sag mal, wie lang ist die Hölle? Zu lang Die Welt ist extra aufs Maul gesetzt, damit sie nicht so lang ist Das zeigt war nach Faul Jaaaah Ich bin gleich tot Autsch Kaputt machen, jetzt los Oh, da unten ist die Voodoo-Dingend Ja, schau sie dir mal an Rudy Geh immer das Vieh Jetzt so ne WooDoo-Poppe dabei Jaaaah Und die Trots Oerster So,ubzhov Oh facil Nein, na 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 so nicht, volles Aventer Geh sie auf, jetzt So, so Nein, das ist immer noch nicht Na là 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 la ra Dämon, geh weg Non, däämon Weg mit dir weg Danke Aufgespießt Schleich back HAAaaah, ich hab has Ich will nicht do my modern Leben so und jetzt muss ich den Krabbel in die Lava schmeißen nein noch nicht noch nicht noch nicht okay das ist das Ende was ist das Alter Schnellzug oder was auf jeden Fall das ist die Strecke noch die Warte wie gar nicht zu allein geflogen mann Nio da ist noch einer Mann ich muss heilen jetzt sieht man mal wie selten die Wächer sind komm mal helfen hier Leute ich baue jetzt mit Meteoritbarren weiter soll ich den unten auch noch platt machen? ich habe ich lasse es lieber ich habe noch Stein ich habe auch noch ein bisschen Stein K B depression du hast mich gegenベ Vayler um was die Nio registriert Sören Lloyd du kannst Sie nicht weit eine Steppe Tom. Das hab ich mir schon fast gedacht. Wo wäre ich das nicht? Ah, weg mit dir, Dämon. Mach das weg, mach das weg, mach das weg. Au. 50 von 400 Leben. Krasse Sache, man. Weiter. Mach Wand weg. Okay. Ich bin hier von der Sklaventreiber. So war's ja vorhin auch schon. Sklave Darni, los, schön. Wo, 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 fast gestorben. Tom Baumann, Baumann. Was, ich so ein Baum bauen? Ne, man baut nach vorne. Leute, hier und es ist ein Riesen-Lama-See. Ja. Und jetzt? Weiß nicht. Also wenn du dich nicht beeilst, dann... Ah. Nein. Nein. Ich frage mich echt, ob du das schaffst. Natürlich schaff ich das. Ich bin gleich tot. Echt? Ich bin gleich wirklich tot. Ich bin gleich wirklich tot. Rückweg. Ich hab so ziemlich gar kein Leben mehr. Doch, drei. 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 Und Grabstein-Zitter. Was steht drauf? Bis ist der Grabstein? Seit wann gibt's Grabsteine? Egal. Also, ähm... Ich mach mich dann mal ans Runterfallen. Ich auch. Ich warte. Ich warte. Dieser Schrei ist irgendwie, ähm... Ja. Keine Ahnung. Talalalalalala... Ich falle, ich falle, ich falle. Ich falle immer noch. Ich mach mir jetzt Sachen entgegen. Ah! Schnellzug. Autsch. Hört auf, rumzufliegen. Au. Nicht töten zu wollen. Okay, ich bin jetzt, glaub ich, auf der Flüchtlinghöhe mittlerweile. Wee! Licht! 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 Wah! Licht! Licht! Wow, der Weg ist aber echt verdammt lang, den wir gemacht haben. Ich glaub, der reicht schon. Nee, das wird nicht reichen. Nicht? M-m. Sicher, geht vor, wenn wir alle drei sterben, dann müssen wir nochmal alle zurückrennen, Ja, egal, das schaffen wir. Wir haben jetzt schon zwei Wurde-Puppen, ne? Einer, zwei haben wir nicht gekillt. So nicht. Ne Ahnung. Nach einem Versuch ist eh vorbei. Ihr seid unfähig! Man kann jetzt auch die Grappe draufschreiben und es auch... Naja, wie gesagt, ich will nicht spoilern. Ich denke, man kann... Ich denke, man kann... So, da, wo ich das Ganze gemacht habe, war es nicht nach Einladung. Ich hab dir sowas Schönes auf deinen Grafstein draufgeschrieben. Was hast du gemacht? Du hast mein... Tomo, was willst du bei Herbert? Fail. Apfelbrot. Enes. Also, das Zweite hätte dann schon Agina heißen müssen, oder? Ganz ehrlich. Ich mein, was willst du denn vor Vagina einsetzen? Wir lösen das Rät... Rät... Zell. Ich hab's... Rät... Zell. Ganz ehrlich, Clemi. Lol. Ich glaub, das ist nicht von nachher für mich, wenn ich das hier laut vorlese, sondern für dich. Ja, also, dann lösen wir mal das Rätsel. Wo das fertige Wort da schon steht. Oh mein Gott. Clemi. Was denn? Was war denn das? So was gehört doch nicht in ein Let's Play. Was ist die Lösung? Das wäre mir peinlich an deiner Stelle. Was ist die Lösung, Mann? Das würde ich auch gern wissen. Ja. Das setzt du dir bitte vor Vagina ein. Und das Zweite ist Zagina. Was? Ja, Z. Zagina. Was? Zagina. Zagina, Mann. Ne, da war aber schon das V da gestanden. Das heißt Zagina. Das ist also die Lösung, oder? Du bist mir auch ne Zagina. Du Rätsel. Das ist auch ne Zagina. Du bist mir auch ne Zagina. Du bist mir auch ne Zagina.